Hier ist Antenne Bayer, hier ist der Wehen-Simulator. Wir haben hier im Studio, unserem Studio-Kreißsaal eine Liege für ihn aufgebaut. Er macht den Oberkörper frei und der liebe Thorsten legt jetzt an, je nachdem wo das am besten wird. Es ist trocken und sonnig, schwül, warm wird spät und damit auch Wärmegewitter, die sich über Bayern, vor allem am Alpenrand zusammenbrauen. Bis dahin sollte Stefan Meixner sein Kind bekommen haben, denn Gewitter lösen auch Wehen aus. Momentan lächelt er noch ein bisschen, aber ich glaube da ist schon was unterwegs. Geht's? Jetzt boxt das Kind gerade. Ja. Das fühlt sich ein bisschen an, als würde ich dem Klitschuh gegenüberstehen und er würde mir im Abstand von eineinhalb Sekunden in die Magengrube schlagen. Ja, so ist ein Kind. Ich glaube das Kind kommt, weil schlimmer kann's jetzt nicht mehr werden. Oh nein, der ist nun lauter nicht so weit. Das ist jetzt, jetzt kommt der Gong. Stefan, atme ein Stefan, atme aus. Jetzt wird's immer schlimmer. Nur mal, noch einen Zug, noch einen Zug. Und drück, drück, drück. Und jetzt, jetzt, jetzt ist es da! Dein Kind ist da! Stefan, du warst der Wahnsinn! Größten Respekt für dich! Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstagskind! Ihr neugierter Beiend! Klar, ihr seid schon, bis jetzt! Vielen Dank! Antenne Bayern